hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial von ittweak heute möchte ich gerne erklären wie sie mit davinci resolve in version 16 zoom effekte erstellen können zum einen wie sie generell rein zoomen oder einem bereich heranzoomen diesen dann für einen gewissen zeitraum in dem zoom beibehalten und diesen dann wieder aus zu zoomen wir haben uns dafür hier schon mal einen timeline mit einem video bereitgestellt und dieses wollen wir einfach mal einen an einem gewissen punkt heranzoomen und wieder raus zoomen dazu müssen uns hier den inspektor anzeigen lassen falls sie den nicht angezeigt bekommen einfach hier oben auf inspektor klicken und dann haben wir unter transform die einzelnen zoom und positions funktionen für den zoom gibt es verschiedene möglichkeiten einmal können wir beide achsen x und y zusammen zoomen das heißt sie so im prinzip genau in die mitte des bildes oder wir können dieses verkettungs symbol anklicken und dann suchen wir getrennt x oder die y-achse als zweites können wir noch die position bestimmen jeweils für die x und y-achse rauf und runter die werte die sie hier sehen können sie zum einen verändern mit einem doppelklick und den wert verändern mit der tastatureingabe oder sie haben die möglichkeit mit der linken maustaste die gedrückt zu halten und nach rechts oder nach links zu bewegen und dementsprechend ändert sich die größe bzw der zoom des bildes dann gibt es noch eine rotationsmöglichkeit hier können wir das bild einmal um die achse rotieren lassen und das waren die grundlegenden einstellungen die man für den zoom gleich braucht damit sie die standard einstellungen des bildes wieder zurücksetzen können gibt es zum einen hier nach jeder option dieses kreis symbol mit dem pfeil dann werden die werte wieder auf den anfangspunkt zurückgesetzt und das gleiche gilt für diesen kreis hier oben dort werden alle einstellungen die sie vorgenommen haben wieder auf 0 bzw auf 1 dementsprechend hier bei so messe die 1 bei position die 0 wieder auf den anfangswert zurückgesetzt dann starten wir mal unseren zoom effekt als erstes müssen wir eine startposition für den zoom festlegen es ist eigentlich egal wo wir es hinsetzen dann klicken wir auf diesen kleinen raute button dieser wird dann rot das symbolisiert dann im prinzip nur dass hier dieser startpunkt festgelegt wurde und jetzt müssen wir noch einen punkt festlegen wo der zoom am stärksten sein soll sagen wir einfach mal hier dann müssen wir das ganze hier im spektrum noch festlegen wir klicken wir auf das raute symbol dieses wird wieder rot und hier ist jetzt unser zoom am stärksten diesen stemme jetzt hier ein summe ein wenig hier rein und danach möchte natürlich auch wieder raus zu geben eine neue position an klicken wieder auf raute und setzen den endpunkt fest dann setzen wir das ganze wieder auf 1 zurück also auf den ausgangswert gucken uns das ganze hier einmal an jetzt wird rein gesungen raus gesungen und so kann man einen relativ simplen zum effekt erstellen wenn sie einfach nur das ganze bild rein und raus zu wollen jetzt zeige ich noch mal wie sie auf einen bestimmten bereich suchen können dass im prinzip fast gleich zu dem was gerade gemacht haben es kommt nur noch ein schritt hinzu und zwar die position setzen alles mal wieder auf null damit sie in einen gewissen bereich rein suchen können brauchen wir diesmal nicht nur den zoom sondern auch die position hier mal jetzt als erstes den anfangspunkt gewählt wo der zoom starten soll als nächstes wählen wir den punkt wo der zoom am stärksten ist hier stellen wir auch dementsprechend unseren wert ein setzen die beiden ankerpunkte und dann suchen wir einfach mal ein bisschen hier rein auf das IT-Trick-Symbol dann könnten wir jetzt den zoom theoretisch hier wieder beenden wenn wir den punkt relativ nah wieder hier dran setzen oder wir können den zoom ein bisschen halten dann gehen wir ein bisschen weiter in der timeline setzen den punkt hier an machen hier wieder ein ankerpunkt achten sie auch hier darauf dass die werte wieder so sind wie sie vorher eingestellt wurden und dann wollen wir das ganze natürlich auch wieder aussohlen dazu gehen wir ein stückchen weiter dahinter und setzen hier noch mal die ankerpunkte die werte setzen wir auf den anfangspunkt hier eine 1 und hier eine 0 rein und dann haben wir wieder den ausgangswert schauen uns das ergebnis mal einmal an hier fängt der zoom an wird hier gehalten und dann hier wieder aus gesund jetzt können wir das bild theoretisch noch ein bisschen drehen das zeige ich jetzt auch noch mal kurz dann können wir mit den pfeil symbolen einmal zum anfang springen und hier nehmen wir einfach die rotation noch mit rein setzen den punkt klicken auf das raute symbol den müssen wir noch ganz vorne festlegen wir springen einmal ein stückchen zurück dann setzen wir den rotationspunkt dann gehen wir auf den punkt wo der zoom am stärksten ist stellen den zoom hier ein machen einfach mal ein bisschen schräg hier und dann gucken uns das ganze mal einmal an hier fängt der zoom jetzt an drehen sich ein bisschen wird gehalten und und hier sind es wieder raus am endpunkt haben wir jetzt noch vergessen dass die rotation wieder zurückgehen soll das können wir nochmal eben nachholen dazu springen wir einfach mal ans ende setzen den anker punkt und setzen das ganze wieder auf null dann schauen wir uns das ganze noch mal an da ist nicht ganz das was wir wollten aber das sieht auch nicht schlecht aus ja so lassen sich so effekte und rotationseffekt in da vinci resolve umsetzen damit sind wir am ende angelangt wenn ihnen die anleitung gefallen oder geholfen hat dann einmal den daumen nach oben anklicken sie können ittweak auch unterstützen indem sie den kanal hier einfach abonnieren suchen sie auch gerne die internetseite ittweak.de dort finden sie weitere anleitungen aus dem gesamten it bereich ich bedanke mich fürs zusehen bleiben sie gesund und bis zum nächsten video